Beginnen. Geisel finden und sichern. Spawn kill Pianoraum. Oh, von hinten! Wo ist die Wand? Ich hab den einfach weggeholt. Roll da, noch einer, roll. Die Tür ist auf, ne? Ein Kill Holes, aber ich kann nicht so gut reingucken, weil ich brauch so ein Polo habe. Gibt ja von hier aus Deckung, versuche es jedenfalls. Entschärfer ist online und aktiviert. Oben. Die Tür bleibt bei Gegner. Alter, willst du? Den hätte ich auch gehabt. Hallo, hallo. Ja, hi. Ich kenne dich im Game. Hallo, hallo. Ich bin der Pumpe, Mann. LOL, ALTER! Ich bin der留ge. HeuteMC. Das ist ja. Die Tür ist auf dem Weg. Das ist ja. Das war auch nicht. Das ist so cool. Das ist so cool. Aber es ist so cool. die blenden nicht helfen wir einer bitte kommen defuser ja ich komme ich komme ich komme ja komm jetzt geht schon oben eine achtung aber ein draußen der ding wieder geblendet noch ein gegner im bricht entschärfer aufgespürt sofort zerstören der entschärfer wurde zerstört bombe wurde lokalisiert entschärfung einleiten die ist aber nicht in den raum rennen wirst du da nicht so machen ja ich weiß gar nicht wo ich hin soll ich weiß gar nicht in den raum achtung Drogen reingefahren, ne? Ja, beide Drogen, ich hab den einen durch die Wand. Garage kommt was, Garage kommt was, Levi. Also, Crank aufpassen, Garage kommt auf. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Crank. Tür ist offen. Ich hab ein Nekt hier platziert. Thermite da oben oben. Nice. Hush down. Hush down. Hush down. Hush down. Hush down. Oh mein Gott. Noch einer? Oh mein Gott. Oh, die Küche im Fleck. Nice. Geile an der Twitch Drohne sind die Assist. Wechsle Magazine. Wir bringen Bereich Räumen. Boah, Scheiße. Rechts im Gang. Hier ist der verbleibende Gegner. Ich bin mit der Krone unterwegs. Ich bin mit dem flerk.